Ein Adventsgesteck und ein kleiner Wurstkorb, der Willkommensgruß und der schreibtisch schon voll Arbeit, der erste Arbeitstag am 2. Dezember vom Bürgermeister Matthias Stappert in Föhl. In einem Videotagebuch wird Eder Dampfradio die nächsten 100 Tage Matthias Stappert bei verschiedenen Terminen und Veranstaltungen begleiten. Die ersten Unterschriften als Bürgermeister leistet er bereits heute.